Ich hab ja keine Möglichkeit wie ich stirben kann. Zombies. Das sind ja nicht von dem Vibor, man. Das sind ja nicht herdings, so feisse Weibes ist aber eigentlich rot markierend. Lass dich von Zombies hauen und sobald du Unconsciousness Muscle respawn. Ah, das ist ein Spieler. Stimmen, 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 ja. Hey Guy. Hey Dude. Hey Dude. Hello. Sind du alleine? Ich bin jetzt gerade da angekommen. Dann kann ich jetzt da durch und dann nach Vibor und dann nach Vibor. Wie schau ich das noch? Du bist eigentlich gestimmt. Oh, ich verstehe nicht. Wer mag mit ihm reden, ich verstehe nicht. Please, go to the forest. Go to the forest, man. Go to the forest. Go to the forest. Go to the forest. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Okay, der ist tot. Ich hab den gekillt. Ich hab den gekillt. Lauf, 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 lauf. Ich hab den gekillt, Mann. Ja, ja. Die Schüsse, die schießen immer noch. Der hat uns verarscht, Mann. Ja, ah. Ich hab den vor ins Genick geschossen. Wut auf uns geschossen, oder nicht? Ja, Mann, ja, Mann. Ja, ich hab auf jeden Fall gepfiffen. Ich weiß nicht von wo. Komm jetzt nach Vibor, ne? Oder Vibor. Wo seid ihr jetzt? Wo ihr mit euch? An der Mauer. Ich lauf jetzt auch an der Mauer. Hier beim Durchbruch. Ich könnte ihn auch gerne looten versuchen, aber ich weiß es nicht. Na, hallo, looten. Ich hab auch noch einen Schiff gehört. Ja, einen Schiff gehört. Ja, einen Schiff gehört. Die Kugel, die ging genau unter mir. Psst. Jetzt kann ich wieder wegmachen. Hallo, buddy. Komm. Wir hatten einen grünen Mountain Backpack von uns. Ich kann... Nein, Mountain Backpack. Mountain Backpack nicht. Hallo. Aber du hast einen Taloon Backpack. Grün. Heiko, das kann sein. Heiko? Nein, ich hab einen Kinderrucksack. Ich hab hier grad am Busch einen grünen Rucksack gesehen. Fack, Mann. Kinderrucksack grün. Ist grad einer reingekommen. Kinderrucksack grün. Nee, passt nicht. Die Leuchtbrauch. Ja, ich... Leuchtbrauch bin ich auch jetzt. Alles klar. Ich bin hinter euch. Also... Ja, der wird wahrscheinlich auf dem Sniperhügel sein, ne? Mhm. Der Rückseite geschossen hat. Hier ist nichts. Komm. Weg hier. Hier liegt doch ne Hose, glaub ich, oder? Nachschreiben mach mal. Ja, du. Mach mal. Ja. Im Call. Der ist im Call. Der ist im Call. Ja, okay. Gar nichts gewesen, Muffer. Ja, ich... ich weiß nicht. Ich hab nichts. Der Typ hatte ne AKM mit Trommelmeck dabei. Der Typ? Der... Der hat auf jeden Fall ne AK, ja. Der hatte ne AKM mit Trommelmeck, stimmt. Aber der ist... Fack, Mann. Also beim... Wo ihr meintet. Mhm. Das sieht schon übel aus, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. In Jail rein. 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 Mhm. Heiko halten. Jail ist rechts rum. Hm? Man, das ist egal. Ja, ich hab' nicht gut drauf. Ich hab' gar Brenz hier raus. Wir wollen uns wieder verlieren. Oh, Vorsicht bei den Fenstern. Ja. Ich brauch dringend irgendeine Scheiße zum Essen, ja. Genau. Ja. Wir hängen jetzt hier mit dem Kampf, Alter. Ich weiß, ich weiß, das ist kein Thema. Kein Thema. Ich guck nur, wenn ich verrecke. Dann, äh... Könnt ihr hier in der Stadt die Waffe. Ich hab ja noch ne AKM. Und die Trommelmeck. Ich versuche aber mal zu überleben. Mir verschau' ich ja Glück. Hier ist noch ein leeres AKM. Ja, das Fenster. Das kann man voll gut einschießen. Da geh ich nicht rein. Ich hab' hier. Ja. 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 Ich wusste schon, was da abgekau' ich. Wo die meinten sind. Aber wer hat geschossen? Ja. Irgendeiner. Entweder ist ein Kollege von über TeamSpeak. Was weiß ich. Ich hab' nicht geschossen. Ich hab' jetzt geschossen. Wie ihr gesagt habt, Schüsse. Hab' ich denen halt... Erschossen. Ja, das bringt ja nix. Ja, dann weiter hinterher herzulaufen. Soll ich mir noch sagen, geh in den Busch. Äh, leg dich hin. Da hat ja ein Trommelmeck. Ja, ja. Das war doch alles richtig. Ja, ja. Ich hab' mich auch umgedreht zum Schießen. Und wollten killen. Wir haben auch keinen Schützen gesehen. Wir haben auch keinen Schützen gesehen. Aber jetzt den stehen lassen, dann hätt' der uns, wie gesagt, glaube ich, mal weggeballert. Ja, ich wollte mich... Ich hab' mich auch umgedreht zum Schießen. Wollten killen. Und dann sagst du, ich hab' geschossen. Ja, ja. So, dann war ich ein bisschen confused. Äh. Achso. Ob du jetzt geschossen hast, oder ob wir beschossen wurden? Nene, wir wurden beschossen auf jeden Fall. Okay. Ich hab' auch erst... Also ich hab' auch noch einen Einschlag gehört, wo ich weggelaufen bin. Ich hab' den erschossen, bin und weggelerannt und hab' noch einen Einschlag neben mir gehört. Das war auch kein Dings. Ich hab' nur einmal geschossen auf den. Achso, du hast' nur einmal, ne? Ich hab' nur einmal den genau hier auf den Helm geschossen. Ja, weil ich hab' drei Schüsse gehört. Voll den Genick geschossen mit dem Long Range, weil ich stehe einen Meter hinter dem. Ah, cool. Komm' los. Ich hab' Pfirsische gefunden. Ja, okay. Ähm. Anscheinend gibt's hier nix, ja? Oh, Leute. Der Einer mit der Maus. Na, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Wer? Was? Wo? Ich, ich, ich. Aber ich hab' ge... Ich bin am Verhungern. Oh Gott. Ja. Ich bin jetzt, ähm... Ich muss mal trinken. Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Hallo, buddy. Hallo. Ich trinke. Ja. Ja. User left your channel. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist ja mal lustig. Ich bin zwar bewusstlos, ne? Weil ich seh' unten im Schnellballmenü bei ne Sachen. Ich kann quasi jetzt meine Waffe auswählen. Hm. So zu essen? Ja, hab' ich auch der Schnellball, aber da kann ich nix. Warte mal. F wäre benutzen, ne? Ja. Na, der trinkt nix. Fuck. Egal. Bahramann, finde ich auch so voll kack das. Ich bin ein Pulpus Toshka. Kurz noch. Okay. Ich glaube, alles klar? Mhm. Wollen wir raus? Sollen wir die anderen Baracken noch durchsuchen oder sowas sein lassen? Ich würd's sein lassen. Toshka kann man in die Richtung sein, dann müsst ihr Flucht hier liegen. Hoffentlich bin ich mir da sicher. Ich hatte erst ne Tankstelle und dann kam Lordsschild und dann ist da so ein Haus. Da sind, ähm, das ist ein Haus, das ist so ne ganze Reihe. Das sieht aus wie ein Supermarkt. So kleine Regale. Und da bin ich durch den Raum gegangen, dann war auf dem Ofen ne Dose Pfirsich. Die hab' ich aufgemacht und gegessen und jetzt bin ich mir wurstlos. Hm. Anstrengung. Mal gucken, ob die Pfirsiche was helfen. Aber ich glaub, der Typ hat schon angefangen sich selbst zu verdauen. Ist ein Toshka? Äh, das ist, ähm, vor... Ah, ja, ja, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ich wär' fast in Bibo angekommen, aber der Typ, der war so hungrig, da musste ich einen Schwenker machen. Ja, dann los. Ja, findest du den Weg? Ja. Also, es müsste da... Ja, da ist eine Ecke, eine Ecke, eine Ecke! Sofort rechts raus! Ich bin tot! Wow! No! Dann rein, Heckel! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020